Wir starten heute in die Themenwoche hier bei VOX. Laura von Torra und Natalia Wörner laden zu einem einzigartigen Event. Es ist eine Premiere im deutschen Fernsehen. Wir stärken die Frauen in allen Bereichen unseres Lebens. Starke Geschichten. Ich bin heute auf dem Weg in eine gendersensible Kita. Wer von euch trägt gerne sowas? Ich! Was ist für dich Female Empowerment? Starke Statements. Für Viking Frauen ist im Grunde die Dimension einer Pandemie. Starke Persönlichkeiten. Wir sind einen großen Schritt weiter, aber wir sind noch längst nicht da, wo wir sein müssen. Frauen reden Klartext. VOX for Women. Das große Event. Montag 20.15.